sie um Mitteilungen bei mir steht das erste was ich geschrieben habe war vor 10 Minuten dann habe ich gleich noch was und das letzte war vor 9 Minuten 2 wieso nicht die auf 8 weil ich die Karte gerade nicht so spiele in COD also in den COD ja in BO1 war die klassischste Hauptwurfe stimmt ja auch wieder aber hier drin also in KFD die Black Ops 4 ist ja einfach nur Müll muss so aber auch zugeben die war mal voll stärker war weil ich kann gar nicht mehr mit der spielen weil die hat die hat das glaube ich sogar nur offene Visiert die Graf ne in BO4 ne eine in die hat einfach ganz viel und bekommen es ist keine Ahnung müde nicht nicht wirklich dass sie stärker war das stimmt schon also die war früher ein B.O. einfach aber Power ein B.O. 1 aber Powered ja ich hab damit ne richtig hatte Kill Street gemacht also ein aber die Hauptwaffe die ich immer gespielt habe war die Auge gehen Junge der ich hab die Krog ich hab die Krog bei mir hat sie 7 Minuten gedauert bei mir steht auch noch 7 Minuten ich hätte eigentlich auch noch FIFA zum Updaten aber das habe ich dann pausiert weil 3 auf einmal zu updaten ich hab fast kein Speicher mehr ich hab mir nämlich so ne Festplatte gekauft mit 2 Terabyte und ich glaub das ist bald alle muss ich mir wieder mal für 50 fucking Euro zum Media Max fahren ey wie kann man sich eigentlich so ne Festplatte kaufen also ich hab früher gesucht also ich ich also du gehst einfach so zum keine Ahnung PS4 laden also im Media Markt oder so und dann gibt's das da da musst du dir einfach den Typen fragen und da ob ne Festplatte für PS4 falls das aus ist und dann kannst du dir ja und dann steckst du das in die PS4 hinein und dann geht es dann hast du 2 Terabyte oben es gibt aber auch 1 für 1 Terabyte also wo steckt man das rein also wo steckt man das rein das ist einfach vorne du hast ja vorne 2 solche USB Anschlüsse wo du es reinsteckt ja ganz vorne ja und da steckst du es einfach rein das ist so ein kleines USB Stick ja 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 ich hab ein USB Stick hier wusste okay okay woon husband um okay um um oh t es ist halt voll langweilig wenn niemand mitspielt. Kennst du das so, man spielt so? Ja. Dann merkt man erst das voll langweilig ohne jemand anderes ist. Ich glaube, ich spiele jetzt Overwatch oder so. Keine Ahnung. Da brauche ich keine CD dafür. Ähhhhh. Bye. Okay. Okay. Dann tschüss. Dann zock, aber watch, weil... Ich glaube, ich gehe jetzt auch, äh...